Braucht ihr einen neuen Köcher oder eine Tasche? Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Danke. Mögen die Kami euren Weg schützen, Herr? Meine Mutter glaubte, Inari beschützt mich. Bei meiner Geburt sah sie einen Fuchs vor unserem Haus Glühwürmchen jagen. Sie wusste, dass Füchse Inaris Boten in unserer Welt sind. Wenn ihr einen seht, folgt dem Weg, den er nimmt. Das werde ich. Danke. Das war's. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Er gewann doch gegen diesen fahrenden Sumo-Ringer. Taka! Taka! Tut mir leid. Du musst vorsichtiger sein. Wir sollten im Haus nachsehen. Ich suche hier draußen. Gosamatten, Sie haben hier geschlafen. Zumindest hat der Bär sie nicht erwischt. Der Bär hat ihn fast alles weggefressen. Vielleicht lebe ich deshalb noch. Er war nicht hungrig. Feilspitzen, Bogenseen, viel für Klebstoff. Die Schützen waren wohl hier. Jin! Taka! Ich hab etwas! Das Feuerholz ist noch warm. Die Schützen haben im Haus übernachtet. Sie können nicht weit sein. Cottor Coach zu Müller. Nehmt nicht zu Fanfüти, ich chol'schuld bin. goingme Ich schuchze been willkommen. Sie haben den Mongolen die Sprengfässer gestohlen. Ich mag diese Schützen. Hier sind Spuren. Da sind sie. Eilen den Hügel hoch zu diesem Felsgrafen. Sie verstecken sich nicht grundlos. Halte den Kopf unten und seid leise. Ein Samurai! Lebendig! Kommt hierher! Ihr müsst die Schützen aus Yarekawa sein. Was von ihnen übrig ist. Wir wollten ein Mongolenlager plündern und wurden erwischt. Wir entkamen nur knapp. Was ist mit den anderen? Gefangen. Wir verfolgten sie hierher. Wir helfen bei der Befreiung. Ihr seht mir nicht nach Anfängern aus. Ich bin Daikoku. Jin Sakai. Sakai, hä? Na, solange ihr kein Shimura seid. Sehen wir uns mal das Lager an. Gefangenenkarawane. Die Wohlen sind bereit zum Aufbruch. Sie wollen zu Garnison am anderen Ende von Alt Yarekawa. Wir müssen jetzt zuschlagen, bevor sie aufbrechen. Da, eure Schützen. Sie sind wohlauf. Je früher wir sie befreien, desto besser. Nur nichts überstürzen. Wir wissen, wo sie hinwollen. Wir können sie in einen Hinterhalt locken. Kein gutes Gelände für einen Hinterhalt. Was ist mit Alt Yarekawa? Dächer zu beiden Straßenseiten. Wir können den geklauten Sprengstoff benutzen. Den habt ihr entdeckt, hm? Gefällt mir, wie ihr denkt. Gut. Los, kommen wir den Mongolen zuvor. Die Mongolen ziehen hier entlang. Taka, geh ihn als der Häuser. Nein, ich bleibe hier draußen. Ich kann auch kämpfen. Jin, sag's ihm. Taka kann selbst entscheiden. Dann pass du auch auf ihn auf. Habt ihr Angst? Nein. Nicht wirklich. Ein bisschen. Juna hat niemals Angst. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Angst lässt einen stärker werden. Härter kämpfen. Das lehrte mich mein Vater. Ich kannte meinen nicht. Wenn ich Angst habe, kann ich nicht denken. Ich erstarre. Weil ihr nicht ausgebildet seid. Juna war schon oft in Gefahr. Sie hat darin mehr Übung als ihr. Ohne sie wäre ich tot. Ich auch. Da sind sie. Ich schieße auf die Fässer, wenn sie ganz nah sind. Fürst Sakai, ich bin nicht bereit. Ihr schafft das, Taka. Nehmt eure Angst und nutzt sie. Ja, mein Herr. Jetzt, mein Herr. Noch nicht. Jetzt sind sie nah genug, oder? Keine Gnade! Du willst kämpfen! Kämpfen wir! Vernichte sie! Sie! Ich bin nicht. Na, ich bin doch. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Dosen! Hier ist jemand! Abster da! Hey, I'm telling you! Oh, ich bin der Fall! Ich bin der Fall, die Greffel! Hey, ich bin der Fall! Nein, ich bin der Fall, ich bin der Fall! Gute Arbeit, Alku-Kuh. Bringt eure Männer zurück zur Yerikawa-Festung. Ihr sofort. Ich weiß, ihr seid ein Sakai. Doch ihr sagtet nicht, dass ihr der Geist seid. Helft ihr uns, die Belagerung zu beenden? Wenn Uchimasa das erlaubt? Dafür werde ich sorgen. Die Geschichten stimmen also. Ich kenne niemanden, der so kämpft wie ihr. Taka, geh mit Daikuku. Ich will mit Jin reden. Wir sehen uns zu Hause. Wir haben's geschafft. Taka hätte sterben können, Jin. Ich sah ihn fallen. Ihm geht's gut. Er hat alles gut gemeistert. Er hätte nicht kämpfen dürfen. Yuna. Ich weiß, du willst ihn beschützen. Aber du bremst ihn aus. Taka ist kein Kämpfer. Er könnte einer werden. Du kennst meinen Bruder nicht so gut wie ich. Du kannst ihn aber nicht immer in Schutz nehmen. Ich weiß, was das Beste für Taka ist. Du sorgst dich um deine Familie. Ich muss jetzt zurück. Wir müssen die Belagerung zerschlagen. Wir sehen uns dort. Ich weiß, was das Beste für Taka ist. Wir sehen uns. Ich weiß, was das nicht ganz schön sehen. Fürst Sakai! Wie geht's den neuen Rekruten, Daikoko? Sie sind zuversichtlicher. Sie wissen, dass der Geist bei uns ist. Fürst Sakai, ihr seid zurück. Taka, dank eurer Mühen hat Yarikawa jetzt eine Chance. Ihr könnt stolz sein. Bin ich, mein Herr. Doch die Mongolen da draußen werden unruhig. Wir haben ihnen Yarikawas Stärke gezeigt. Jetzt wollen sie Rache. Greifen sie heute Nacht an? Unwahrscheinlich. Sie bescheren uns eine schlaflose Nacht und greifen morgen an, wenn wir erschöpft sind. Ruht euch so lange aus. Fast hätte ich es vergessen. Yuna ist drinnen. Ihr sollt sie dort treffen. Danke, Taka. Fürst Sakai. Die Vorbereitungen für die Verteidigung laufen gut. Daikoko sagt, das verdanken wir dem Geist. Danke. Aber das ändert meine Meinung über euren Onkel nicht. Das ist doch nicht mein Ziel. Die Samurai wurden ausgelöscht. Wir brauchen euch. Ihr braucht Bauernopfer für die Mongolen. Yarikawas Leute sind bekannt für Mut und Geschick. Das brauchen wir mehr als alles andere. Ich denke darüber nach. Ich denke darüber nach. Ich werde mich dabei aus. Herf. Was ist das? Du bist auch wach. Sie töteten die Samurai. Was sollen da die Bauern ausrichten? Versuchen wir es. Ich glaube, du brauchst das mehr als ich. Kenji hatte den Rest des Tages nur eine Sandale an. Das schmeckt scheußlich. Meine Mutter liebte ihn. Sie trank ihn wie Wasser. Und wurde wütend, wenn er alle war. Schrie uns an. Wo ist mein Tee? Klingt nach einer strengen Frau. Sie brach Takas Arm, als er sechs war. Ich brachte ihn weg. Wir rannten so weit fort, wie wir nur konnten. Man fand sie einen Monat später. Sie lag auf der Straße. Es war tapfer, Takas zu beschützen. Manchmal kann man nur alles Bekannte hinter sich lassen. Die Gäste schon an einem Krimurlager in der ganzen Haus gesessen. Der hat die Gäste ja auch nicht gesختnungen. Sie schreiten sich noch als... Sie wissen, dass sie verdwheelt. Sie waren gelasset. Am besten seitdem der Nacht. Hier ist die Gäste. Der ist die Gäste. Die Gäste. Die Gäste. Die Gäste. Es geht los zu den Toren Was auch passiert wir weichen nicht zurück Jinn, Juna, die Mongolen Gehen wir Wie nah? Sie sind am Haupttor, wenn sie es durchbrechen Wir halten sie auf Da ist er, der Geist Der Geist, rettet uns Tucker, versammelt alle, die nicht kämpfen können und bringt sie zur Burg Hergehört, sucht in der Burg Zuflucht, schnell Sie sind am Inton Sie greift an Sie durchbrechen das Tor Position halten Jeder Mongole, der einen Fuß hier reinsetzt, wird sterben Lass sie nicht vorbei Burgenschüssen, streckt sie nieder Für Yannikawa, für den Geist D.U.A.P., werden Sie haben? Geh! UNTERTITELUNG Jhin, sie brechen durch das andere Tor. Krieger von Yerikaba, diese Position halten. Juna, zu mir. Frennt sie zurück, haltet das Tor. Frennt sie zurück. Frennt sie zurück. Frennt sie zurück. Frennt sie zurück. Frennt sie zurück, aber die Brücke! Lassen Sie nicht hin... Frenn sie zurück. Haltet sie zurück! Haltet sie zurück! aaaah! ah! ah! aah! I will the endwart me, aah! 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 hh-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Sie fallen zurück. Wir haben sie kaum getroffen. Was haben sie vor? Uns rauslocken? Nein. Wehrt sie ab, solange ihr könnt. Dann verschanzt euch in Burgfried. Ich erledige die Belagerungswaffen. Ich sollte mitkommen. Nein, Taka braucht dich. Ich muss durch die Linie der Mongolen. Belagerungswaffen zerstören.